Er ist der Eseling, der Kene. Was habt ihr besprochen? Er ist der Bezirkshäuptling. Über alles, was rundherum vor sich geht, weiß er Bescheid. Er sagt, der weiße Mann bringt in dieser Woche unsere Brüder aus der Stadt Mayberra fort, oben im Norden. Also, auf nach Norden. Er sagt in Mayberra, wenn die Sonne ein drittes Mal über unseren Köpfen steht, werden zwei Männer sterben. Mayberra.